Wir wünschen euch erwärmende Grüße hier aus der Ski- und Almregion, Gitschberg-Jochtal und wir hoffen euch alle bald wiederzusehen. Wir wünschen euch, dass wir alle unsere Liebsten schon bald wieder umarmen dürfen und freuen uns heute schon auf gemeinsame Fackelweinbrumme mit Glühweinpartys. Brot! Wir wünschen euch, dass ihr schon bald neue Freundschaften knüpfen könnt mit wunderbaren Menschen, denn es gibt so viele davon. Wir wünschen euch eine besinnliche Atletzzeit sowie ein gesundes und glückliches neues Jahr mit vielen unvergesslichen Momenten. Wir wünschen euch Gesundheit, Hoffnung und Zuversicht und vielleicht auch ein paar Schneeflocken, dass ihr weiterhin viele eurer Urlaubsträume erfüllen könnt. Wir wünschen euch Zufriedenheit und vor allem bleibt alle gesund. Dieses Jahr war zwar alles anders, doch machen wir das Beste daraus. Blicken wir mit Zuversicht ins Jahr 2021. Wir wünschen euch, diese schwierige Situation als neue Chance zu sehen und ganz viel Inspiration die Zukunft erfüllend zu nutzen. Wir wünschen euch, dass wir uns schon bald wiedersehen, hier im Skigipikitspagiochtal. Wir wünschen euch eine gute Zeit und wir freuen uns auf euer Kommen. Bis bald, die Dutzerei-Fergen! Wir wünschen euch frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage. Frohe Weihnachtszeit!